Hm, ha, zusammenführen und zusammenführen, hm. Dieses klägliche Wortspielchen würde in Österreich nicht funktionieren, denn zusammenführen heißt dort jemanden überfahren, was wir hier sicher nicht vorhaben. Aber darum kann sich ja jetzt meine Nachfolgerin kümmern. A.K.K. A.K.A. Annegret Kramp-Karrenbauer. Komm raus zu uns. Lass dich drücken. Komm her. Ja, das mach ich ja. Nicht so doll. Nur ein bisschen. Soll ich etwas sagen? Ja, klar. Früher hatte ich auch immer noch gefragt, ob ich was sagen darf. Ich danke dir, liebe Angela. Mach schon! Die Abkürzung CDU ist die einzige Abkürzung, die ich gelten lasse. Die Abkürzung AKK diente nur, um die Marke einzuführen. Jetzt bin ich bekannt. Und in Zukunft möge man mich bitte mit meinem Namen ansprechen, um in Geschäfte mit mir zu treten. Say it loud and say it clear. Annegret Kramp-Karrenbauer is here. Eigentlich hätte heute Martin Ferdini hier Dienst gehabt. Aber der scheitert an der Aussprache von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich hingegen kann sogar die walisische Stadt mit dem längsten Namen aussprechen. Hanferbuch gegen Gichtgau-Gericht während Robo-Kandi Siljogogogoch. Annegret Kramp-Karrenbauer. Trump. Kramp-Karrenbauer. Trump in power. Sehr gut. Ja. Ja. Der Trump is auch in Germany. It's in power. Kramp-Karrenbauer. Ja. Annegret Kramp-Karrenbauer. Trump. Trump got in power. Annegret Kramp-Karrenbauer. And the great Trump got in power. Annegret. And the great Trump. Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Ach, Jesus. So, schlechte Nachricht. In Deutschland is neue starke Frau statt Merkel. Hat sehr schwierige Name. Dieser Name auszusprechen ist wie AK-47 in meinem Hals. Aber sie besteht darauf, dass man ausspricht Name. Kann ich nicht. Wie sieht aus mit Mann, mit großem Mann aus China? Kannst du aussprechen Name, um zu machen Geschäft? Annegret Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. So, sehr gut. Auch China kann nicht Geschäfte machen, so wie Russland. Wie sieht aus mit großem Mann von India? Du kannst auch nicht sprechen. Oh, this is just a racist prejudice. I sure can't pronounce it. We have much longer names in India than Annegret Kamp-Kranbauer And I will take away all the energy business from you and I will take away all these Other business from China when I call her tomorrow Verdammt, jetzt hat Indien gewonnen, jetzt kommt auch noch diese Musik-Päckaloer, durchbar, verdammt Marsha!